Die Telekom-Baskets Bonn bleiben die Überraschung der Liga und siegen in einem furiosen Finale gegen Alba Berlin mit 60 zu 59. Dabei verspieten die Bonner fast noch eine klare Führung. Ich denke, das ist die Angst vor dem Sieg. Wir wussten, dass wir sie kontrollieren können, aber wir haben am Ende nicht gut verteidigt, viele offene Würfe zugelassen und vor allem haben wir im Angriff nicht gut exekutiert. Insofern haben wir ein bisschen ihren Rhythmus verloren, aber wie gesagt, wir haben das Ding noch am Ende gebracht durch eine sehr glückliche Situation von Banners und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Ding zu Hause gewonnen haben. Bonn in Magenta direkt drin in der Partie, Jared Jordan mit Superpass auf Vicalas, die 6 zu 0 Führung. Die Gäste aus Berlin ohne Rhythmus, die Positionen nicht richtig besetzt, keine Bewegung und schlechte Würfe, die Baskets ganz anders, schnelles Umschalten, Fastbackspiel vom Feinsten. Jamil McLean mit zwei seiner elf Punkte. Alba brauchte lange, aber sie kamen wieder heran, ganz heimisch, still und leise. Alex King mit dem Dreier. Aber innerhalb von zwei Minuten war das schon wieder Geschichte. Immer wieder nutzten die Bonner ihr schnelles Spiel und zogen davon. Jared Jordan wieder einer der auffälligsten. Auch in Hälfte zwei blieben die Telekom-Baskets aus Bonn die Herren im Haus. Nicht zuletzt wegen ihm Benas Vicalas mit gutem Touch von der Dreierlinie. Alba mit einer ganz schweren Phase. Sie kämpften sich aber Stück für Stück wieder heran und sie spürten, dass sie wieder im Spiel waren. Alba holte viele Offensive Rebounds und trafen dann auch von draußen und plötzlich der Ausgleich 36 Sekunden vor Schluss. Bonn geschockt und es wurde noch schlimmer, denn Sekunden vor dem Ende plötzlich die Führung für die Hauptstädter durch David Logan. Die Baskets kurz vor dem K.O. Doch dann kam Benas Vicalas. Der Topscorer mit 18 Punkten zieht zum Korb und trifft und bekommt das Foul. Alex King kann es nicht fassen. Vicalas nervenstark von der Linie. Die Ein-Punkte-Führung. Jetzt stand die gesamte Telekom-Arena Kopf. Berlin wollte den Lucky Punch, bekam ihn aber nicht. Logan geht auf drei Punkte und verpasst. Die Telekom-Baskets Bonn bleiben damit das Team der Stunde und bleibt auf Platz zwei. Dank diesem Herren Benas Vicalas. Vicalas